. Offiziell speak! Das sind die Global Gladiators Stars 2018. Sie wagen sich in die Schlacht unter der tropischen Sonne. Schon seit Monaten werden die diesjährigen Kandidaten der Global Gladiators spekuliert. . In der Aktion reichen Schobattlern sich auch 2018 acht Promis um den ersehnten Titel und kämpfen sich dabei durch Schlamm, harte Spiele und spannende Abenteuer. . Jetzt steht endlich auch die offizielle Teilnehmeliste fest, diese TV-Gesichter treten in Thailand gegeneinander an. . Die kürzlichen Vermutungen über den Cast haben sich größtenteils bestätigt, so stellt sich neben Daniela Hatzenbergers, 31, Schatz Lukas Korterlis, 50, und DSDS-Star Heindle, 24, auch Schauspielerin Jana Palaske, 38, den extremen Gallenestes-Formats. . Auch Germanys Next-Top-Model-Alumni und Stundfrau Miriam Höller, 30, gehört zu den aktuellen Kandidaten der Show, sie tritt zudem gegen Musikerin Sabrina Sedlur, 44, und deren Busines-Kollegin Ben Blüme, 36, an. . . . . . . . . Der restliche Cast dürfte jedoch auch ohne die Blondine für reichlich Unterhaltung sorgen, oder? Stimmt in der Umfrage über die diesjährige Besetzung ab. . 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 Bis zum nächsten Mal.